Ein gerader Rücken, flanke Beine und ein pralles rundes Euter. Bitte begrüßen Sie Michaela Schäfer. Du hast eine Platte gemacht? Ja, als DJ. Ich habe Sound kreiert. Nein, ich lege schon ganz coole Musik auf. Zum Beispiel? Was spielst du so? Phil House. David Guetta. Damn, you's a sexy bitch. Sack, Noel. Was ist House Beat? Was für ein Tempo ungefähr? Ähm, ungefähr 30. 30.000, äh, Beats. Genau. 30.000 Beats per Minute. 30.000 Beats per Minute. Da hast du es doch mal eine ganze Menge. Ungefähr so. Also ich mach's mal gerade vor. Vor, 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 vor. Ah, da, 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 da. Da, von den DJ. Ja? Ja, ich sauer mich nicht. Okay, ungefähr. Und die Melodie, kann man das irgendwie sagen? Irgendwie? Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. Gangnam Star. Wupp, wupp. Gangnam Star. Wupp. Was ist House Beat? Was für ein Tempo ungefähr? Ähm, ungefähr, ähm, 30.000. 30.000. Pits. Pits. Genau. Pits Termine. 30.000? Ja, das ist doch mal eine ganze Menge. Ungefähr so. Also ich mach's mal gerade vor. Getscht. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Guck mal. Bis zum nächsten 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 Mal.